Ja, Immobilien kaufen erfolgreich durch Coachings. Ja, funktioniert das? Und was habe ich da gerade mitbekommen? Darum soll es in diesem Video gehen. Viel Spaß dabei! So, also, ich habe jetzt mal auch eine Lederjacke an und zwar keine grüne, sondern eine Rollerjacke von mir, mit der ich Roller auch fahre. Das mal am Rande. Also, was habe ich mitbekommen? Folgende Situation. Ein Makler hat gefragt, einen Interessenten, der eine Wohnung besichtigen wollte, ob er jetzt gecoacht wurde von dem und dem Anbieter. So, und dann hat derjenige, der Interessenten das bejaht, hat gesagt, ja, ich wurde da gecoacht. Ich weiß nicht, woran der Makler das gemerkt hat. Wahrscheinlich an der immer gleichen Herangehensweise. Vielleicht war da die gleiche Fragestellung, die dann da gestellt wurde an den Makler, dass man auch wirklich direkt die Wohnung besichtigen kann. Da gibt es ja bestimmt so Strategien, die einem dabei gebracht werden. Ja, und der Makler hat dann eben erfahren, ja, nachdem derjenige, der die Wohnung haben möchte, wahrheitsgemäß geantwortet hat, dass er gecoacht wurde in dem Bereich der Immobilienakquise. Und dann hat der Makler gesagt, so, die kann ich nicht leiden. Ja, die haben auch hier entsprechend ein Vorgehen, was ich nicht unterstützen möchte. Ja, und von daher, ja, hat sich das im Prinzip erledigt. Also, ja, dann kann er den Besichtigungstermin im Prinzip knicken. Und er wird wahrscheinlich auch vom Makler dann entsprechend gar nicht da irgendwie bevorzugt. Ja, das hat sich zugetragen. Dieser Fall ist mir zugetragen worden. Und ich bin ja auch privater Immobilieninvestor. Und wir haben ja schon sehr viel auf diesem Kanal zum Thema der Immobilieninvestments besprochen. Und verfolgen ja auch andere durchaus mal mit Reaktionsvideos. Ja, und das hat mich dann doch erstaunt, ja. Und da sieht man mal, also manchmal meine ich auch, manche Werbung auch immer vor den Videos hier und andauernd oder so, ist es vielleicht dann wirklich doch ein bisschen zu penetrant. Ja, und wenn das so anscheinend Strategien sind, die da vermittelt werden zum Teil, ja, die dann schon Makler auch irgendwie nerven anscheinend, ja, hat mich jetzt überrascht, dass das schon so weit vorgedrungen ist natürlich. Ja, dann ist es natürlich auch nicht das Wahre. Deswegen mein Rat generell, ja, informiere dich selber, beliest dich, guck hier vernünftige, gute Videos, Videos, die auch die Sachen mal kritisch hinterfragen, natürlich auf die Risiken hinweisen. Das macht übrigens auch aus meiner Erfahrung oder meiner Ansicht nach einen guten Coach aus. Ich bin selbst zum Beispiel noch nie gecoacht worden im Bereich der Immobilieninvestments und habe mir auch einen schönen Bestand aufgebaut. Ja, letzten Endes muss das aber natürlich jeder selber wissen. Also man kann sich belesen, man kann gute Videos schauen. Ein Coaching kann einem auch guttun und helfen, aber man sollte das Ganze dann natürlich auch immer hinterfragen. Und ich meine immer, wenn zu sehr auch Druck ausgeübt wird, so, ah, die letzten Plätze, ja, setz dich auf die Interessentenliste, ja, und vielleicht, wenn du Glück hast, ja, dann wirst du auserwählt, weil du hast dich ja beworben, ne. Ja, dann sage ich mir schon immer, Mensch, ja, von wegen Bewerbungsphase, ne, das sind alles auch geschickte Instrumente, um Kunden zu akquirieren, um künstliche Verknappung zu erzeugen und um dann die Geheimnisse preiszugeben, die ja keine Geheimnisse mehr dann sind, die im Gegenteil sogar Makler auch nerven können, ja. Und das ist natürlich so eine Sache, ja, einfach mal auf einen gesunden Menschenverstand hören, ja, Immobilien sind immer People's Business, ne. Das heißt, wir haben mit Menschen zu tun, man muss sich irgendwo auf Augenhöhe begegnen, ja, man sollte natürlich auch für den Verkäufer interessant sein, indem man zum Beispiel die Finanzierung schon parat stehen hat, indem man verbindlich ist, wenn man Zusagen macht, ja, indem man seine Zusagen auch einhält, indem man eine schnelle Abwicklung garantieren kann, ja, und indem man einfach auch zum Beispiel nicht auf Teufel komm raus irgendwelche Mängel sucht und dann künstlich versucht, den Preis zu drücken, sondern auch begründet Dinge bei der Besichtigung vielleicht feststellt und dann entsprechend darauf hinweisen kann und dann vielleicht auch auf Augenhöhe den Kaufpreis entsprechend verhandeln kann, ne. Und das ist, denke ich mal, aus Verkäufersicht eine ganz gute Basis, ne, um einen erfolgreichen Deal mit einem Interessenten über die Bühne zu bekommen. So habe ich es zumindest auch immer hinbekommen, ja. Und letzten Endes, wie gesagt, wenn alle alles machen und immer das Gleiche machen, letzten Endes, ja, weil in vielen Coachings werden natürlich auch ähnliche Strategien dann vermittelt, dann muss es einen irgendwann nicht wundern, wenn das vielleicht auch aufgesetzt rüberkommt, künstlich, und ein Verkäufer, wie in dem Fall, was ich da erfahren habe, ein Makler, gar keine Lust hat, da entsprechend dann überhaupt noch einen Besichtigungstermin zu machen. Also, da müsste man aufpassen. Genau. Und, ja, der Erfolg liegt letzten Endes in dir, in deinem persönlichen Netzwerk, ja, und in dem, was du daraus machst und wie du auch eben rüberkommst, ne. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Auch beim Vermieten meine ich immer, ja, wir brauchen Win-Win-Situationen. Es geht nicht darum, einen Mieter nur auszubeuten oder es geht auch nicht darum, einen Verkäufer übers Ohr zu hauen, oder wie sagt man, ne, ja, genau. Sondern wir brauchen irgendwelche, ja, Situationen, wo dann alle am Ende zufrieden sind, ne. Jo, also, das dazu ist mir herangetragen worden, diese Erzählung, und fand ich doch sehr, sehr erstaunlich, ne. Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken ist die Devise, gerade im Immobilienbereich, ne. Kontakte aufbauen, Stammtische besuchen. Ich habe selbst einen Immobilien-Stammtisch gegründet gehabt. Und letzten Endes kommt es auf deine Kontakte an, auf dein persönliches Auftreten und auf die Punkte, die ich hier auch genannt habe, ne. Genau. Ja, also, ansonsten, wenn es dich interessiert, im Bereich der Immobilieninvestments, ne, gerade was das Netzwerken betrifft, habe ich auch ein Buch geschrieben mit 14 Co-Autoren, das Immobilieninvestoren-Netzwerk, verlinke ich gerne hier unterm Video in der Videobeschreibung. Und da ist auch kein Coaching mit hinten dran oder sonst was, ne. Musst du dann am Ende selber entscheiden, was du tun möchtest, aber Augen auf beim Immobilienkauf. Und jetzt wäre ich sowieso vorsichtig, ne, weil die Preise steigen und steigen, ja, die Warnmeldungen häufen sich und ich persönlich bin jetzt auch eher erstmal vorsichtig, ja. Man muss wirklich, wenn man noch was kauft, sehr, sehr selektiv vorgehen und eben nicht aus Gruppenzwang heraus, dazu habe ich ja auch schon ein Video gemacht, etwas kaufen, weil vielleicht andere Bekannte in einem Stammtisch, im Immobilien-Stammtisch jetzt sagen, oh, ich habe wieder gekauft und, ja, wann bist du denn wieder an der Reihe und so weiter. Ja, da muss man wirklich aufpassen. Letzten Endes, wenn es schief läuft oder wenn du Probleme hast, stehst du immer selber dann auch alleine da und dann ist nicht der ganze Stammtisch da, der dir dann auf einmal hilft, ne. Genau, ja. Also, Augen auf beim Immobilienkauf und, ja, besten Dank für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, die meisten, die das hier anschauen, haben noch kein Abo. Würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lässt, einen Daumen hoch und einen coolen Kommentar. Das Übliche, ne. Motiviert mich für weitere Videos und ansonsten beste Grüße bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.